hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin wieder auf die hack nach den ticket und heute steht uns dieses komische spiel in den weg light cheeser ne gut erst mal ich den download und dann mal schauen wie das spät ist bis gleich so und da sind wir wieder okay drückt man erst mal auf dieses zeichen hier zulassen zulassen video ansehen so da sind wir wieder ich glaube ich muss meinen namen geben ich mach das mal über facebook ja ich hoffe nicht dass alles auf chinesisch ist ich habe natürlich den download zweck geschnitten damit ein bisschen schneller geht woria ich dachte das wäre irgendwie so ein jäger dark shadow damit bleiben wir bei dem charakter oh cool reddog ah der hat drei sterne was hat der hier vier sterne und der hat wir nehmen die vier sterne natürlich aber das ist eine frau ich dachte das wäre bearbeitung vom charakter na gut dann spielen wir halt jetzt diese frau wie hießen wir jetzt eigentlich wie hieß denn die reddog da Das ist ein schönes Wettbewerb. So schlecht sieht das gar nicht aus, das Spiel. Ist auch auf Englisch, Gottseidank. Ich muss Level 6 haben, ich bin Level 5. Geht auch alles automatisch. Das ist ja eigentlich immer ganz schön bei den Handyspielen, dass das auf Automatik auch geht. Hat Fortnachteil. Vorteil ist, man muss nicht immer nachdenken, wo das nächste ist, wo man hinlaufen muss. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, man kann sich nicht großartig dann umschauen, weil man wird ja dann so oder so dahin gebracht, dahin gebracht. Na ja. Ich finde das schon gut. Gefällt mir. Eigentlich nur drücken, laufen lassen, drücken. Schon Level 9. Oh, ich habe ein Reiz hier. Der Nachteil ist, man lernt eigentlich gar nicht richtig das Spiel. Spielen, sondern man wartet immer nur drauf. Kommt was, wo man draufdrücken kann, so wie hier. Draufdrücken. Kostet natürlich Geld. Die IP leuchtet bei mir auf. Mit Level 18 kriege ich mein neues Schwert. Achso, schon Level 13. Ist gut. Würde ich mal sagen. Wer ist gleich da? Yes. Ah. Wie viel darf ich umdrehen? Eine. Ah, reicht ja. Ich hoffe, ich kann so powerfull als du ein Tag werden. Ihr Weapon ist jetzt noch stärker geworden. Es sieht cooler als vorher. Mit 26 kriege ich einen kleinen Helfer. Ob wir das noch schaffen? Welp, Envolve. Oh, ich dachte, ich habe jetzt einen Wolf. Oh, ich habe jetzt einen Wolf. Ich glaube, das war gerade eine Instanz gewesen. Denke ich mal. Welche Nummer? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Oh, da unten sind Emotions. Oh, da drauf drücken. Jawohl, machen wir. Oh, wir haben es geschafft. Der heutige Tag ist fertig. VIP, 30 Teile kosten 89 Diamanten. Ich habe einen. Also, da fehlt nur noch. 97. Ähm, Switch. Oh, Charakter. Okay. Next. Blup, blup, blup. Blup, blup, blup. 6 von 8. Nacht war ich gerade schon. 0 von 5. Also, das dauert noch. Warte mal, da war. Warte mal, da war. 120 Diamanten. Ich habe 0. Also, bringt das nichts. Dollar. Wir bezahlen mit Dollar, okay. Und da haben wir noch. Charakter, da würde ich noch mal gucken. Ah, ne doch, da. Da, das war das. Mount. Wie kann ich denn auf den reiten? sonst quer kommen? noch eine schöne Scherrichtlinie, hat sich verkauft. Und da, ne weinen. Wenn man muss, was weiß. Von weg bin, ich gucke jetzt THE EAGLE. ein Scheiße, das ist komplett ganz gut. Jetzt noch mit落atung. Don't worry. guck mal, das ist doch viel besser. auch dabei? Relikte? naja, egal. dann würde ich erst mal sagen, wir schließen hier, für heute sind wir fertig. ich habe mein ticket bekommen, ich war jetzt aber fertig, so, und Ticket abholen, und recht herzlichen Dank fürs zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen, tschüss tschüss.